moin moin meine freunde heute zwei sachen in einem zwei spielzeuge und drei haustiere bei einem npc und wo ihr es findet erfahrt ihr natürlich jetzt viele werden schon erkannt haben wir befinden uns natürlich in dalaran hier bei dem mount händler wo ihr das tundra mammut des reisenden herkriegt viele werden es wahrscheinlich schon wissen ich möchte es trotzdem abgehackt haben hier gini oder präni hier beim tierbedarf gibt es einmal die haustierleine die rote haustierleine die dreifarbige katze den obsidian jungtier als auch die albino nata ihr seht schon das kostet schon ein bisschen kohle aber für leute die natürlich entweder gold damit machen wollen mit den haustieren ist das natürlich eine 1a geschichte um dies zu machen ansonsten werde ich euch natürlich auch im laufe der zeit immer mal wieder mpcs vorstellen mit denen natürlich auch gold verdienen könnt seid auf jeden fall gespannt ich werde auf jeden fall weiterhin immer mal wieder sowas bringen dementsprechend abonniert den kanal um nichts zu verpassen lasst mir gerne auch mal kommentar da welche npcs ich gerne mal bringen sollte vielleicht kenne ich die ja auch noch nicht sei es wie hotel ktbc oder classic haut das gerne in die kommentare ich wünsche euch auf jeden fall nur das beste ich hoffe dieser kleine aber feine tipp guide hat euch geholfen dementsprechend vielen vielen dank macht es gut bis zum nächsten mal und tschö mit